Mein Name ist Anita Ziegerhofer. Ich bin Professorin am Institut für österreichische Rechtsgeschichte und europäische Rechtsentwicklung an der Karl-Franzens-Universität Graz. Für den MOOC werde ich die Geschichte Österreichs innerhalb des europäischen Integrationsprozesses und als Mitglied der Europäischen Union, das Österreich seit 01.01.1995 ist, darstellen. Also bekanntermaßen hat es am Ende im März diese sogenannte Elefantenrunde gegeben, wo die Österreicher in großer Zahl angereist sind. Da sind sie schon einmal dadurch aufgefallen, weil alle anderen Kandidatenländer sind mit relativ kleinen Delegationen nach Brüssel gekommen. Wir haben einen eigenen Flieger gemietet und da sind 150 Österreicherinnen und Österreicher in Brüssel einmarschiert. So hat das begonnen. Aber es war dann so weit, dass wir Anfang Juli diesen berühmten Brief nach Brüssel abgeben konnten. Das kann man sich ganz gut so vorstellen, dass wir ein Team waren, welches bestand aus den Verhandlungen in Brüssel und sozusagen dem Hausmeister, der in Wien geblieben ist. Ich kann mich erinnern, zwei Nächte gar nicht nach Haus gegangen, sondern bin im Bundeskanzleramt verblieben, um jederzeit als Telefonpartner zur Verfügung stehen zu können. Man fährt immer wieder nach Brüssel, ist der Teil der Entscheidung. Wenn es dann nicht passt oder wenn es zu Hause nicht opportun ist, dann ist man groß in Gefahr, dass man sagt, das war die Europäische Union und behandelt damit die Europäische Union. Allein die Handbewegung zeigt ja wie einen Feind. Das ist mir eigentlich wurscht, ob Bundesstaat oder Gebilde sui generis, es muss aktionsfähig sein. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig.